Wir sprechen Valentina Pade auf ihr Privatleben an. Valentina Pade, 26, macht sich für ihre Geschlechtsgenossinnen stark. Der GZSZ-Star ist beim Event Frauen 100 dabei, wo es um Gleichberechtigung, Female Empowerment und Frauensolidarität geht. Wie stark Valentina selbst ist, hat sie zuletzt bei Let's Dance bewiesen, wo sie den zweiten Platz belegte. Seitdem kursieren allerdings Gerüchte. Dass Valentina bei ihrem Let's Dance Konkurrenten Rurik Gislason schwach geworden ist. Die letzten Wochen waren wild, sie waren anstrengend, sagt Valentina auf ihr Privatleben angesprochen im RTL-Interview. Aha, was wir sonst aus ihr herausbekommen haben, zeigen wir im Video. Schon seit Wochen kursieren Gerüchte über Valentina und Rurik Gislason. Läuft da nun was oder nicht bei Valentina und Rurik? Auch Wenn beide nicht wirklich Klartext zu ihrem Beziehungsstatus sprechen, deuten doch einige Indizien darauf hin. Kurz nachdem Rurik sich im Let's Dance Finale gegen Valentina durchsetzen konnte und zum Dancing Star 2021 gewählt wurde, wurden die ehemaligen Kontrahenten im Urlaub auf Mykonos gesichtet. Zuvor hatte Rurik-Freundin Natalia Soliani übrigens alle gemeinsamen Fotos von sich und dem Fußballstar bei Instagram gelöscht. Schon in den ersten Let's Dance. Tagen hatte Valentina im RTL-Interview in den höchsten Tönen von dem attraktiven Isländer geschwärmt. Damals bezeichnete sie sich selbst noch als Single. Doch in einer Instagram-Fragerunde mit Schwesterherz Cheyenne Pade nach dem Let's Dance-Finale war Valentina ungewohnt auskunftsfreudig, was ihr Privatleben angeht. Sie gab nämlich an, sie sei vergeben. Und natürlich interessiert es ihre Fans spätestens seitdem brennend, wer ihr Herz erobert hat. Auch, wenn die Indizien ja eigentlich schon eine deutliche Sprache sprechen.